So, weiter geht's mit Pwong. Auf easy, also entgegen meiner Meinung direkt nach dem Spiel, war das eigentlich ziemlich gut. Vom Rang Master. Gucken wir mal, ob das auf normal auch klappt. Vielleicht kommen jetzt einfach mehr Bälle oder vielleicht ist einfach nur der gegnerische Schläger besser. Keine Ahnung, was sich ändert. Das Lied ist auf jeden Fall genau das gleiche. Ah, da habe ich schon den ersten Ball verpasst. Und dann noch einen, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Okay, ein bisschen was habe ich jetzt wieder rausgeholt. Oh Gott, daneben geschossen. Keine Muni mehr. Ich glaube, an der genau gleichen Stelle hatte ich beim Easy Part das gleiche Problem. Ich glaube, es ist nicht gut. Ich habe, ich lasse zu, oh mein Gott. Ich lasse zu viel durch. Also, so wie das aussieht, wird das auf jeden Fall ein deutlich schlechteres Ergebnis als eben. Dann kann ich ja eigentlich nur im nächsten Part richtig verkacken. Ich bin ein Alfred. Und dann machen wir die beiden Toolbovel. Und dann machen wir dieses Bereich bones. Weil ich sie schon immer weiter tun. Das ist ein Bild. Die delivery zu sehen ist, glaube ich, dass ich das sieht. Und dann sind dieui Ich binshire. Ich bin 63灰, also fasziniert. Hier ist eine Dat 401-€ predigt. Das ist authorsDIA. Prozent und gehört und ich kann immer noch nicht sagen ob der Unterschied ist dass der Gegner besser ist oder ob einfach mehr Bälle kommen weil ehrlich gesagt fällt mir da nicht so ein großer Unterschied auf aber irgendwie muss es ja schwerer sein sonst wäre ich ja nicht so viel schlechter und 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 Ja, da wäre ich schon wieder aus dem Bild. So, jetzt müsste es aber vorbei sein. Boah. Mehr als 100 Punkte schlechter als im letzten Part. Aber den genauen Unterschied weiß ich nicht. Übrigens, wem interessiert, wie das Lied heißt. Das Lied heißt Popcorn E.O.N. Remix von E.O.N. halt. Almost Pro. Das ist ja noch akzeptabel. Im Grunde in der Mitte. Und auch hier wieder sagt mir bitte, wie viele Punkte, welchen Rang, wie viele Munition ihr am Ende des Normal Modes hattet. Das würde mich wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal, wenn ich im nächsten Part richtig verkacken werde.